servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit änderungen am loot im aktuellen raid aberus blizzard hat angekündigt dass die drop anzahl der tset token deutlich verändert wird bzw verringert wird wieso das ganze was stattdessen droppt und so weiter und so fort das schauen wir uns in diesem video an und wir befinden uns auf der road to 20.000 abonnenten wenn ihr noch nicht abonniert habt und mich unterstützen wollt gerne ein abo reinhauen vielen vielen dank an dieser stelle also was wird passieren blizzard hatte schon bevor patch 10.1 erschien angekündigt dass je länger der patch rausgeht und wenn der katalysator da ist dass sie die anzahl der t-teile die im raid droppen werden langsam runterschrauben werden bisher ist das noch nicht passiert aber das kommt jetzt mit patch 10.1.5 es gab ein junges oder jüngst ein interview mit ihren herr sie coasters game director poste ich euch auch in der video beschreibung wenn ihr das nachlesen wollt und da hat er das ganze bestätigt angeblich funktioniert das schon direkt mit dem start von patch 10.1.5 und das heißt beispielsweise ein boss wie mark morax auf mythisch droppt glaube ich zwei token wenn ich mich recht entsinne und zwei der anderen items auf mythisch wie es ist ich glaube auf hc können teilweise sogar drei token drin sein und das schraubt blizzard eben jetzt einfach ein bisschen runter wieso weshalb warum relativ einfach ihren herr sie coasters hat gesagt jetzt wo der katalysator auch draußen ist und ich meine das sehe ich auch bei uns im raid neulich haben wir vor ein paar wochen raschok gekillt das erste mal und dementsprechend ist zum ersten mal dieses token für die brust ist glaube ich ja für die beine gedroppt und ja bei scan eigentlich so ziemlich dasselbe mit der brust wir haben die boss das erste mal gelegt aber keiner brauchte wirklich die tokens weil er höchstwahrscheinlich sich schon hier mit dem katalysator einfach ein 4 47 item umgewandelt hat dasselbe kann man natürlich dann auch auf hc ummünzen also wenn ihr hc raidet und ihr habt irgendwie über die volt auch schon 4 37er 4 41 items umgewandelt braucht ihr nicht zwangsläufig diese tokens das führt vor allem bei uns dazu und ich denke auch bei vielen anderen raids dass wir die token fast nur noch für transmog verrollen falls sie da überhaupt noch jemand braucht und eigentlich anderer loot den wir eher bräuchten nicht drin ist und hier kommt jetzt dieses system ins spiel es werden immer noch t token droppen allerdings auf mythisch so hört es sich an und so hat er es aufgesagt er sagt no it should be one like a one two three split kind of thing also würde bedeuten wo vorher bei einem t token boss auf mythisch zwei t token und zwei andere items gedroppt sind droppt zukünftig noch ein token und drei andere items ist wie ich persönlich finde eine ganz gute aufteilung und ich nehme mal an wenn ihr ein hc oder normal raid mit 30 mann voll habt er hatte jetzt gesagt eins zu drei müsste es dann eigentlich so sein dass dann maximal zwei t token droppen und vier andere items da werden wir auch wieder bei dieser eins zu drei verteilung heißt es gibt natürlich ein bisschen weniger t teile zu ergattern was aber wie gesagt zum aktuellen zeitpunkt glaube ich nicht mehr so schlimm ist man kommt auch auf andere wege ganz gut an die sachen ran und gleichzeitig ist jetzt immer ein zwei slots mehr verfügbar für seltene items heißt natürlich wenn beim echo von neltharion ein token hier weniger droppt könnte zum beispiel das sehr seltene klassen trinket drin sein oder beim gut bei sakarest zählt es ja eh nicht der droppt keine token da hört sich wird sich auch glaube ich nichts verändern mit diesen avoid touch kurios also hier lernberührte kuriosität aber es gibt bei vielen anderen bossen auch noch items die ziemlich ziemlich gut sind zum beispiel forgotten experiments hier die chromatische essenz ist natürlich dann die möglichkeit dass diese slots ein trinket dann mehr drin ist muss natürlich nicht aber es bietet halt mehr möglichkeiten um die anderen items abzubilden wenn ich persönlich eine ganz gute sache ist denke ich jetzt auch ein ganz guter zeitpunkt für die ganze geschichte und ich hoffe weil bei uns zum beispiel ich glaube vorhin auf hc bei echo von neltharion ist dreimal das token gedroppt und einmal der ring und einmal irgendwas anderes obwohl wir noch trinkets hätten gebrauchen können so hätten wir dann vielleicht ein teeteil weniger und vielleicht dann trinket also ich glaube für raids und stammgruppen und so weiter ist das eine gute änderung bei random raids kann ich schlecht beurteilen und möchte ich mir auch ehrlich gesagt kein urteil erlauben weil ich da nicht unterwegs bin aber ihr dürft ihr gerne oder könnt gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr diese änderung findet ich bin gespannt damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video schönes wochenende noch und reingehauen bis zum nächsten mal